Hallo, ich bin Justyna Penner und ich heute willkommen an der Forumkirche, wo wir einfache, über nur hoffte Multitätenkirchen für die Familie. Ich hoffe, dass meine Videoclips, die heute eine Unspornung sind, in oder die Däuren geben, gesündere Multitäten zu kärchen. Um neue Videos zu sein, oder eben an der Orbe zu leeren, fängt ans Channel und YouTube aus Justyna Penner oder Mexican Ranch. Ich habe Hunger von Zaya. Los geht's. Der Kind hat Hunger, lebe uns in die Kärche. Wollt mich, die findet im Eben, dort rechts Zaya schreit. So, hier dann hier ein Träumer, Ewa Jaumeirn. Jaumeirn, denke ich, habe alle an die Gäres, die Wurstenleicht, sind Zaya gesünd, Zaya Nordhoft, und einer konnte Brücken in so viele verschiedenste Wege, so viele verschiedenste Multitäten. So, dass nicht eurer Ewa Jaumeirn unbedingt matt, abräumen und frieren. Wenn eurer Kälter Jäger nun wohnt, dann war eurer, der wir uns aufgerufen, nähen holen, und er konnte die Anpackung in einem Kälterweichsack und in die Blieben verlangen gehen. Und er konnte eurer Fridge nehmen und eurer Rühmhaft, die Blieben durch verlangen gehen. In warmer Jäger, würden sich die viermal auch bloß in die Ehe lösen. So, was ich für einmal dauere, ist, dass ich die Gäres wieder schneiden würde, und die im heutigen Kälter der Butter einmal abblancheln, einmal so abkälten, die glückliche E-Butter machen und die Putz abkälten, dann die Lüten aufziehen, aufkälten, in Lüsch geschnitten, die Wind rüttragen und dann in die Frise bringen. Dessens war, ich konnte mir irgendetwas im Winter, wenn ich eine Zippkälter wähle, Gäres rütteln, aber ich konnte machen Flüschung. Ich konnte auch Brüchen bloß mit Avocado Oil, Saltenpapier abbrüten, in Brüchen aus den Geräns, zum Teu in die Ehe scharren oder wo immer. Nachher würde ich alle Jäger mal probieren, als ich über Jäger rütteln würde. Ich würde durch die Maschine, wie es dort gut ist, dass ich die rütteln würde. Dann würde ich die überhaupt nicht abkälten, wenn ich diese Jäger brüche nicht zum Kälten würde. Dann würde ich bloß Brüchen zum Baren. So, wenn ich die geredet habe, würde ich die mit dem Räubenpreis dort auf Nutz oder Rütt bringen, dann würde ich aufmählen, zwei Teus auf ein Lüschchen, drehen den Wind, durch den Bett so rütteln, schmärten den Teu und pürieren die ein. So, da würde ich dann ein paar Anwälte mit euch, würde ich dann bloß ein Teet rütteln, damit die Fähne abdämen können. Dort würde ich nicht was äßig und klämpig, weil ich dort die Teu pürieren würde. Und ich hoffe, sehr fähig abzubrücken, dass es dort durch den Winter. Dort würde ich aber nicht unbedingt, dass einer den Mund unbedingt in diesen Lüschchen gesnähen, in den Wind, die drei in den Teu schmärten. Und dann kann er doch einfach bloß in Silberlüschchen gesnähen, drei in den Wind, in Silberlüschchen, in Silberlüschchen. Dort würde ich das beste, wenn einer Lüschchen gespürieren würde, wo die Frieser-Bags sind, einfach gemerkt, um eine Deep-Freeze. Dort würde Grüns oder Vegetables, die einen Deep-Freeze bringen, zum Anfrieren, dort würde ich nicht so leicht ütfrieren. Das ist verschiedenste Gebäude, wo einer Döse ja auch mehr abrücken kann. Aber die Muffins würde eigentlich von der Rezept hergeben, weil es für diese Ergleichung. Dort würde ich drei Toast Almond-Mehl, vorher 8-Lapel Coconut-Mehl und da würde ich unbedingt warm, das ist das Art Mehl, wenn die warm haben oder so reich schmeckt. Und dann würde ich einen Toast Honig, mit warmem Lüschchen dort machen, wo der Toast schmalt, da kann er auch mehr Butter vertreten. Ein Viertel Toast mag ich 2-Lapel Backpulver und dann 2-Lapel Vanilla, 2-Lapel Salz gemärkte Pumpkin Spice. Dort würde ich Ihnen in einem anderen Video geben, wo ich dort toperieren würde. Und dann auch, ihr schlunde Eier, ein Toast gerebene Gau mehr und eine halbe Toast Pindahack nähen. So die bis alles toperieren, und dann dort in den Muffins Blutjes nähen, und dann kommen Mini-Muffins mehr an, auch der Rotmaier zumal, wie ich bis die Blutjes einschmerzen und dann die dünnen, backen dich. Den Zweig, oder ein Gemüse, wie ich bloß Parchment Paper und Blutjes nähen, und schauen, da ich voll, und backen dich, aus gerade den Muffins. Schauf ich so ehrlich zu tun. Parchment Paper haupt, dort nicht so sehr umbacken. Wichtig, weil er nur so sehr, wenn einer der Papier in den Muffinliners brühen, dort die Muffins lohnt, dass es so sehr, eine Banner kommt, wie die Liners anbacken. Und du wehn haupt, dort fehlt, wenn einer dort mit Parchment Paper merken. In den dünnen Fällen, dort die Ola besser losluten, wenn einer dich ehren will. Wenn ich dort in die andere Muffins merken, oder in den Cake, dann würd ich viele mal in hohe Toast, finde ich haupte Nähe, in meinen hohe Toilabellkernal toperieren, strähen die Bogen Ewa, oder Bogen Nen, bloß dort noch ein Topping auf, und dort nicht noch beschmiert wird. Dort merkt, ob es noch extra Schmack lohnt. Entschuldigung, in der dort über auch, von einer dieser Muffins, der mit den Cream Sheets Topping beschmiert, oder könnt ihr in dem unteren Video wissen, dort von Zucchini Cake. Und die Döcke, in der heutigen Recipe gehen, direkt bei jeder Topperieren kann. Und dort die Ewa schmeckt ganz schön. Und dann ist das ganze Verkaufgerät. Ihr könnt euch auf das Mal weg. Egal, Die Ewa Salon-Nen,